Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem zweiten Video hier auf dem Kanal. Ich bin es wieder, euer Asin und ja Freunde, heute ist es soweit und zwar wurde unser erster Sommertransfer von uns vom SC Paderborn vermeldet und zwar der erste Spieler, der zu uns an die Pader im Sommer, wenn das Transferfenster öffnet, wechseln wird, ist Tiag Scheller vom FC St. Pauli. Ist der erste Neuzugang, er ist 22 Jahre jung, hat eine Körpergröße von 1. 92, also ein großer Verteidiger, also das ist krass, ich denke mal, er ist Innenverteidiger. Er ist 2016 von seinem Heimatklub TSV Kropp in den Nachwuchsbereich von Deutschland in Kiel gewechselt, von da aus könnte er überzeugen und ist in die U16-Nationalmannschaft gekommen. Drei Jahre später ging es dann für ihn zum FC Schalke, bei dem er sich dann als Stammspieler in der Regionalliga West etablierte, also in der zweiten Mannschaft und von da aus ging es zum FC St. Pauli, sammelte dann auch in der Saison 23-24, die jetzt ist, viele Spielminuten, auch wieder in der zweiten Mannschaft und feierte sein zweiter Debüt im Heimspiel gegen Hertha. Benjamin Weber sagte folgendes zu dem Wechsel, wir freuen uns sehr, dass sich Tiag bei seinem weiteren Weg für Paderborn entschieden hat, seine spielerischen Fähigkeiten und sein gutes Aufbauspiel haben uns überzeugt. Gemeinsam wollen wir sein Potenzial heben und weiterentwickeln, heißt Geschäftsführer Sport, Benjamin Weber, den Innenverteidiger an der Pader, willkommen. Ja, hier steht es jetzt auch nochmal, schwarz auf weiß, ist ein Innenverteidiger und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich denke mal, dass er nicht so langsam sein wird, kommt von Pauli, die ja zu 99% eigentlich in die Bundesliga aufsteigen werden, zwar aus der Nachwuchsabteilung, aber trotzdem kommt auch von Pauli halt, Verteidiger 1,92, ja, gut natürlich für Standards, viel kann man dazu jetzt natürlich noch nicht sagen, ja, weil er spielt weder in der Regionalliga West, wo unser SC Paderborn 2 spielt, noch spielt er in der Bundesliga, wo wir halt auch aktiv sind, ja, unsere erste Mannschaft und ja, aber ich bin trotzdem mal gespannt, was es wird. Ich hoffe, er kann seinen Schritt gut weitergehen bei uns, ich hoffe, er kann sich gut weiterentwickeln, kriegt gute Minuten bei uns. Ich denke mal, Kimberley Ezequem, unser Leihspieler von Freiburg, der wird zurück nach Freiburg wechseln, bis er wieder zurück nach Freiburg gehen, denn man muss ehrlich sagen, er hatte keine gute Zeit bei uns, hatte Verletzungspech und ist halt noch immer nicht fit. Also Kimberley Ezequem, der wird safe nach Freiburg zurückgehen in die Bundesliga und ich denke mal, dafür wird jetzt Thiago Scheller da sein. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf ihn, mal abwarten, was passiert und ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, Leute, das war es von dem Video. Wie gesagt, erster Transfer, bin mal gespannt, ja, vielleicht wird er auch am Anfang erstmal so ein bisschen für die U21 von uns eingesetzt, mal schauen. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, das war es von dem Video, wenn euch das mehr gefällt, gerne liken, gerne abonnieren, gerne die Ja, das ist ein bisschen, wenn euch das mehr gefällt, gerne meine ... Vielen Dank.